und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu wrench simulator der epi möchte zu irgendwas roten gehen ich spring schon mal aus dem auto raus ich sehe überhaupt nichts kann man sich immer eine taschenlampe kauf das ist ja jetzt habe ich nicht so was vielleicht der hat so scheiße ich verarschen hallo wieso nur von acht bis neun wasser abends aber wahrscheinlich aber das ist ja toll schlafen können wir aber nur bei uns in der mensch dass wir haben jetzt hier kein zelt oder so wo wir dann aber der hat hier ein dixi klo das ist toll kann man hier drüber ist das dunkel ja und wie können wir jetzt warte mal ist da irgendwas im menü vielleicht hauptmenü hauptnebenfest das auch nicht aber die disney toilette geht nicht tierhandlung sondern tierkauf aber ja hier richtig das einzige was wir machen könnten wir könnten zu wrench noch mal schlafen damit ja aber das ist ja voll umständlich das ist ja doof oder wie kann man hier nicht schlafen ich stelle mich erst mal unter weil das regnet wahrscheinlich wegen den tieren oder so kann man hier vielleicht warten dass man sich da hinsetzt kannst du nicht also warten kannst du schon aber warte mal halte e gedrückt zum spiel speichern das ist schön kann ich hier auch schlafen also hier an denen an den hals stellen kannst auf jeden fall schon mal das spiel speichern aber du musst dann hier draußen im gewitter und im regen übernachten und deswegen haben sie es wahrscheinlich raus können ich guck mal meine aber das hell ich wollte eigentlich nur sagen ich guck mal in der zeit mal das gewitter an dass sie aber krass gemacht aus irgendwie finde ich schön auto die sau will ohne mich fahren warte auf mich ich bin schneller als das auto ja aber ist das die richtige richtung warte mal keine ahnung ich wollte nur einsteigen das ist nicht die richtige richtung wir müssen darüber du fährst komplett falsch wo wenn man mal fährt kannst du da so eine kleine strecke links ab ja ja weil ich da ist ja hier aber die ja hier ist die hey was ist das denn ich nenne diese episode laden verkauf laden besuch mit hindernissen oh mein gott also das muss ich sagen haben sie jetzt echt scheiße gemacht vielleicht ja also es wäre schön wenn sie da irgendwie so es wäre schön wenn sie besseren fahrer gemacht hätten es wäre schön wenn es eine andere möglichkeit gäbe außer jetzt nur auf der range zu übernachten definitiv ja 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 wir kommen quasi geradeaus dahin so darüber links ist egal ob du rechts oder links fährst kommt es ausgleich du könntest auch quer durch wahrscheinlich fahren aber ich weiß nicht ob das so gut ist vielleicht hätten wir auch hinten rum gemusst irgendwie gleich rechts abbiegen was das denn hier ein teil der mensch würde ich sagen oder ja das ist holzlager jetzt sehe ich nichts mehr du hast das auto weggenommen hilfe kleide gameplayerin rennt alleine durch den dunklen wald hallo das wird immer echt da bescheuert das auto ja aber was auch scheiße ist du siehst wirklich nichts im dunkel ja du brauchst die taschenlampe warte mal wo sind wir denn jetzt wir sind bei der range aber wir müssen ach so nee wir sind aber bei dem vorteil der rennschaft dahinten müssen wir hin hier wo ich jetzt markiert habe da etwas geradeaus und dann nach rechts ja schon eingestiegen ja ich sitze neben dir aber danke dass du so aufmerksam auf mich achtest weiter weiter geradeaus nicht über den stein ich sehe leider leider gerade vor lauter bäumen im wald nicht mehr ja das passiert auch schon mal des öfteren wir müssen selbst schlafen tschüss so miteinander oder alleine schlafen und speichern natürlich miteinander jetzt haben wir extra schwarz gemacht damit man nicht sieht jetzt liege ich immer noch und ach du besiegt neben mir auch wie süß war das liegen auch kummer aber nicht die löffelstellung ich muss mal ausprobieren ich habe gerade mein vollbild rausgenommen das war ein screenshot ich wollte eigentlich gucken aber ich kann anscheinend nicht hier die die ui ausmachen das ist schade gut dann stehe ich mal auf eine faula sagt stehe auch mal auf hallo wir haben eine aufgabe jetzt noch was machst du denn da warum hast du mich hier so durch die gegend geschleudert weil ich es kann ja ich merke schon im moment autohaus wollten wir gar nicht den laden wollten wir hin den habe ich dir jetzt mal markiert ich weiß nicht ob du es überhaupt ziehen kannst da ist wieder eine busseite da müssen wir doch bestimmt später und die busseite stellen auch irgendwie nutzer ist er driften hallo du kannst das einfach nicht ich weiß hier links kannst du abbiegen mache ich auch ja weil ich dir das und nicht über die schienen drüber ich habe das hier stopp was machst du hilfe ich will nicht mehr mit dem fahren kann man das tier ich dachte jetzt aber nur das geht ja um wild und böse tiere die erschießen wird glaube ich ja ich glaube ich habe mal nicht irgendwo im video was vom bär oder so gesehen gibt es ja auch bären und kann sein werden im spiel wenn es weiter geht links rum hier die straße liegen das ist rechts schatz das weißt du hier ist aber der der laden ja aber nicht der tierladen wo wir hin sollen ich glaube wir haben schweine oder sogar was kaufen ja aber hier habe ich die idee ist auch ja stimmt was denn er war eben woanders auf der karte gespräch beenden jetzt solch eine axt kaufen guten tag willkommen um einen kauf zu tätigen benutze das terminal im nächsten raum gekaufte objekte erscheinen im bereich links von mir nutztiere draußen weitere informationen zum nutztieren findest du im glossar um objekte zu verkaufen platziere sie im bereich links von mir links von mir und bestätige den verkauf über das terminal vielen dank ich möchte das gespräch beenden sie sind mir zu roboterhaft irgendwie so wer ist für ein terminal geh mal weg da ich muss das also ich habe eine axt gekauft schon mal für uns also du kannst den rest ich habe gar kein geld wie soll ich wieso habe ich kein ach nee das ist der wahnkorb ich dachte aber wo sie ach da haushaltsbilanz 300 was also wir brauchen die axt gekauft aber wir brauchen noch eine brechstange das heißt auf jeden fall einen hammer und eine brechstange und ich denke mal dass wir auch ein schwein brauchen und nein zwei hühner da steht doch zwei hühner so zu kaufen wo steht denn das links bei kauf objekte da steht kein kauf objekte oder steht jetzt draußen nicht mehr hier drin ich bin nicht mehr drin du musst draußen dann gucken so warte mal also ich nehme die brechstange den hammer den hat die brechstange auch also den die nicht die braunen nicht es quietscht zu ja und der eier ist daher kopf der eierkopf wäre der schon da so ne du hast nicht gekauft du musst den wagenkorb geben und kaufen habe ich ja gemacht ich habe auf kaufen gedrückt eben ja da muss ich das wie viele teile hast du aber immer noch im wagenkorb ja weil du es nicht du musst auch die ganze zeit auf kann nein nein klick mal auf den wagenkorb und dann kannst du so wie blöd ist das ding gemacht ja jetzt habe ich auch zwei dann für deinen einkauf jetzt gehen wir mal raus und siehst du musst den eierkopf jetzt noch kaufen du eierkopf und zwei hühner ja wir teilen uns die hühner du kaufst eins und ich kaufe ich nehme schön dass ich nehme schwarz ist das tue ich mir jetzt in einem wagenkorb so und du musst jetzt den eierkopf den eierkorb und den das andere wir haben schon zwei hühner okay den kopf hast aber noch nicht gekauft doch jetzt oder hebe objekte auf warum ist es ja eigentlich wieder so dunkel wollte mich jetzt verhebt das tun wer draußen wo ist es das ist ja komm her noch kein hut hier scherz ich habe nun für dich geklaut ich will ja auch 1 auf zeig mal wie das mit ihr aussieht warum lächst du so komisch das ding ist oben dass sie nicht raus hüpfen können ja da bleibt drin nicht wegflattern halt stopp wir müssen die anderen sachen nur noch nehmen ach da komme ich so nicht hin hatte ja was muss ich noch nehmen moment hatte nicht gesagt dass das drinnen ist bei ihr hohen habe ich ja ach so eierkorb und axt ja die müssen wir auch hier wo muss ich das jetzt alles einzeln mitnehmen oder was jetzt gesprungen so bin ich gesprungen ach das ganze nur einzeln aufnehmen ach du scheiße ja nee du konntest mehrere ich konnte ach so weil du den korb trägst wahrscheinlich range erreicht die haben wir doch noch gar nicht erreicht also das ist ein bisschen komisch da sollte eigentlich dann range erreichen stehen denke ich mal okay ich hab's anscheinend ins auto legen da muss ich jetzt bauen weil ich habe jetzt die beiden sachen rechts klick und dann gucken dass es grün ist und dann musst du links klicken einmal ja aber die hühner sind im weg zu meinen scheiß kanister warte mal warte da muss aber wieder rein jetzt kommt er nicht mehr als sind die hühner wirklich im weg was das denn jetzt toll du sagst noch zu mir nimm den kanister nein ich konnte wieder rein stellen ich kann den kopf nicht rein stellen kannst du dir nicht einfach halten oder so beim autofahren ja jetzt bin ich da oben ja toll ja geil probier probier du mal also er war kurz grün und dann sofort wieder rot also das ist am besten du läufst wirklich ein bisschen blut gemacht hier auch nun jetzt geht doch nicht dahin wo ich den hinstellen will ja da ist eigentlich der kürzeste weg dass du recht nein das hohen will rausspringen stopp stopp das hohe ist draußen warum bist du jetzt auch rausgesprungen weil ich das tun dein hohen ist rausgesprungen meins ist gut erzogen das ist noch drin bleib stehen bleib stehen ich krieg das so und sich rein also ich sehe dass wenn ich gerade ein abseilen würde auf dem ding fahr vorsichtig nicht dass dein dämliches huhn jetzt wieder raus springt meins ist ganz brav gewesen das steht immer noch da drin kann das sein dass du das vielleicht nicht geradeaus kann das sein dass du das vielleicht nicht richtig rein gesetzt nein was machst du also wo bist du hilfe ich hab keinen fahrer mehr wo bist du links links runter ich hab auch so den e gedrückt ich bin gut okay aber der motor ist ausgegangen ja irgendwann nachdem ich hier runter geschlüsselt bin ja wo habe ich mich erschrocken ich dachte du hast irgendwie die scheiße irgendwo wieder gedrückt und das auto fliegt jetzt hier in der luft rum nein nicht schon wieder die hühner die kotzen gleich die kotzen ja jetzt schon siehst du nicht die bewegung können wir ja auch durch querfeld einfahren ja wie gesagt das ist der kürzere weg nur ich weiß nicht ob du da durch die bäume so gut durchkommst ich nicht aber das auto vielleicht aber nicht wenn du rechts rum fährst ja fahren ein bisschen fallen hier nicht auf die dinger drauf ich weiß nicht ob man die nehmen muss oder so so huhn rausholen hatte schon mal das huhn raus bleibt sommer stehen hallo ach jetzt so ich werde dich jetzt rupfen du solltest das huhn rausholen nicht den korb aber dann lege ich den kopf hier mal hin getreide gefunden also wir müssen getreide finden schütte futter auf die stelle ja toll warum sollen wir dafür jetzt das huhn rausholen um getreide kommen und find das getreide bock 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 ja wir müssen hier rein nein hier ist der hühnerstall hier ist aber irgendwas ja soll ich das huhn in den kühlschrank legen da ist das getreide aufheben die hühner sind frei nein bleib hier warte lass uns die nummer rein das ist ja total bescheuert achso nee füttere hühner auf der stelle warte mal weg da auf dem boden ausschütten sagt jetzt sind die hier drin gefüttert worden das finde ich bestimmt ganz geil wassertrank finden also ich hoffe die hühner bleiben was schmeißt du hier so mit dem huhn rum ja der will nichts essen ja dann lasst sie noch mal piken also ist abgehauen das huhn ach nee doch nicht also ich hab die tür zugemacht wieder nee du hast gerade aufgemacht nachdem ich sie zugemacht hab so was ist mir warte mal der ist da drin oder was wollt ihr mich jetzt hier nee einmal ist da drin oh der ist da drin ey ich dachte du bist profi ja klar aber jetzt bist du dabei das verwirrt mich interessiert so leute hier habt ihr noch mal was zu saufen äh Wassertank gefunden achso Eimer okay Moment du musst den Eimer mit so so einmal mit Wasser ausschütten aber du du musst den ja aber ich kann den nicht ausschütten ja der muss ja erstmal vollgemacht werden ey lass den Eimer nochmal da stehen so kann ich das nicht machen da einmal mit ne aber hier steht Wassertank an einem beliebigen Ort der Rennig ach installieren das ist aber nicht der doch das ist der Wassertank ach den musst du hä den will ich aber nicht hier drin machen wo soll ich den denn installieren hier vorne ist der Brunnen komm mal mit bitte wo denn warum ist denn das 6 Meter was ist das denn hier ist ein Brunnen ist das hier vorne ja das sind die ne das ist mein Eimer dem ich die ganze Zeit hinterher lauf oh Gott hier ist der Brunnen ja wo bist du denn am Haus hier hinten du bist immer am Schrein hier ist der Brunnen und dann läufst du woanders hin und dann bist du weg hinter dir hinter dir hier wo er hübscht ich kann dir nur aufheben nein 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 was hast du jetzt äh ich hab jetzt Wasser willst du mich verarschen also lass den da ja gut dann stelle ich den wieder da drauf Rasenmäher ja genau lass den da warte mal kümmer du dich mal um die Hühner also ich muss auch Rasenmäher irgendwas mit dem Rasenmäher machen wieso muss ich wie kannst du denn ach so Motor einschalten nicht einschalten wo muss ich denn hin ich hab ein Baum gefällt gerade und jetzt ach ich mähe schon den Rasen guck mal das ist ne scheiß Arbeit mach du das siehst du das wo ich entlang gefahren bin mhm ich kann nur ich kann nicht mehr fahren ey boah es ist aber ey ich will nicht fahren das ist so ne grottenschlechte Steuerung aber du siehst wo ich gefahren bin ne da ist der ganze Rasen das hier ja aber du sollst doch nicht mähen oder doch ich soll Rasenmähen aber ich weiß nicht wo oder ist das in dem Bereich wo du bist weil das wird mir angezeigt ach so dann hättest du anmähen müssen aber ich hab die Bäume jetzt eigentlich ist mir egal ich mir da einfach drüber so warte ich krieg den kreis aber nicht hin scheiße kann ich auch rückwärts fahren mit dem Ding oh das cool okay so ich mähe euch mal eben aus aber das ist blödsinn da ist ja fast nix warte warte setzt du dich mal warte meine mama eben hier dieses ding das ist ja schrecklich so oder müssen wir erst die hindernisse vielleicht entfernen das dann gemäht werden kann ich soll nicht sein deshalb war ja der der ding star da du ja nicht mit so einem rasenmäher umgehen kannst mach ich das jetzt aber die hindernisse sind noch nicht entfernt oder also da ist noch ein kleines stückchen hier vorne wo noch rasend ist und das habe ich schon weg gemäht und auf deiner seite noch ein bisschen da siehst du stahl müssen wir bauen aber wie ja und nu also ich denke mal dass wir hier den stahl bauen sollen aber wie machen wir das jetzt das ist jetzt ach so verwende die bauoption im auktions halte gedrückt für bauen was aber nicht funktioniert warum funktioniert du musst oder den muss auf den hammer machen ja da bin ich da drauf siehst du denn ich doch was das denn scrollen gebäude wählen hühnerstall 250 dollar ja wir müssen ja warte mal mittlerer hühnerstall aber mittleren wollen wir oder warte mal warte mal du musst den bauen der hier rein der steht aber stall hier ist noch ein kleiner also wir können kleinen oder mittleren machen sollen wir erstmal einen kleinen machen keine ahnung erstmal einen kleinen ja guck mal jetzt komme ich hier nicht mehr raus weil ich da drin backe das ist geil ich kann noch nicht auch aus abreißen ja ich gehe da mal weg ich kann mir das eh dann nicht angucken ne ne dachboden müssen wir abreißen ja ja aber das ist doch jetzt scheiße ich bin jetzt weil ich gebaut habe stehe ich im stahl und kann nicht raus dann gehen wir aus dem baumenü ja bin ich schon draußen wie du siehst dann reise ich es wieder ab dann reise ich es wieder ab nein spinnst du da kriegen wir das geld doch nicht wieder nein 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 ich nehme mal die dinge hier weg und lege die erstmal hin kann ich dich auch tragen vielleicht schnappen kann ich hier irgendwie ich mache schon mal weiter nein ja spiel laden kann ich ja auch nicht dann ist das ja wieder ja du kannst rausgehen aber dann wird spiel wahrscheinlich beendet sein wenn du raus gehst ja geil also man merkt es ist eine early access warte mal wenn ich das ich speicher es mal bevor wir jetzt hier ne ne ich kann nur schlafen und speichern warte mal doch du kannst du kannst da sind zwei optionen du kannst einmal speichern und einmal schlafen und speichern und einmal speichern ne bei mir geht nur noch eine aber so jetzt habe ich mal gespeichert ist die frage ob das dann zählt weil ich glaube du musst einmal re loggen mach mal ein re loggen sicher dass gespeichert ist ich habe nichts gesehen ja gespeichert hat er mir angezeigt aber ich weiß nicht ob das für dich gilt geh du mal raus und mach mal warte mal kannst du den rasenmäher mal nach hier stellen ziemlich nah dran ja ich würde gerne mal trick 17 ausprobieren wenn du findest wenn du gefunden hast wo der motor ist ja das habe ich gefunden aber ich mache erstmal das licht des grauens an oh gott warte 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 ja geh mal raus ja ja guck mal ja mach mal clever muss man sein oder ja cheaten muss man können du bist ja so eine cheaterin ja aber ganz ehrlich hätte ich jetzt alleine gespielt wäre ich hier nicht rausgekommen also da das ist jetzt richtig scheiße das heißt wenn wir irgendwas bauen müssen wir wahrscheinlich außerhalb von dem bereich stehen vermute ich mal ich würde aber ganz ehrlich sagen zum einen ist es sehr dunkel dass wir uns erstmal hinlegen und zum anderen dass wir dann den dachboden und den stock und so erst am nächsten tag abreißen wenn es wieder hell ist ja komm wir legen uns mal hin also werde ich mich mal für heute verabschieden ich werde mich jetzt zusammen kuscheln mit episode 1 lp und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dann sie schläft schon 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 sie schläft schon